Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch. Eurem Audio-Podcast für gute Laune und eben auch für Serien- und Filmbesprechungen ganz aktueller Veröffentlichung, also irgendwelche Filme, die ihr zum Beispiel im Kino sehen könnt, aber eben auch ganz aktuell auf den Streaming-Plattformen, da ist ganz schön viel dabei und ganz schön viel davon besprechen wir auch. Wir beginnen hier mit der Besprechung der Serie Biohackers, die durften wir vor Absichten haben hier die Screener bekommen für die komplette erste Staffel und Biohackers ist eine Serie, die haben sich Sven und Benne für euch angeschaut, da geht es wohl ja einfach um junge Leute, die quasi Flora und Fauna irgendwie verändern, quasi hacken und da total coole Sachen damit anstellen, das Ganze entwickelt sich zu einem Thriller, ich habe schon reingeschaut und nun ja, ich persönlich war jetzt nicht so angetan, mal gucken, was die beiden Jungs dazu zu sagen haben. Im Anschluss gibt es die Besprechung des Films Die Rüden und das sieht total interessant aus, ich glaube, das ist ein Film, der auf tatsächlichen Erfahrungen in einem Knast basiert, mit Hunden und so, voll geil und so. Auf jeden Fall müsst ihr mal genau hinhören, was Mo und Peter sozusagen haben, die sich die Rüden für euch angeschaut haben. Und zu guter Letzt dann noch die Besprechung des Films Sebastian springt über Geländer und das klingt mega absurd und ich bin schon sehr gespannt, was Eva und Paul in dem Fall da zusammen geschustert haben, die den Film auch schon vor einigen Wochen für euch besprochen haben, einer dieser Filme, der bereits auf einigen Wochen in die Kinos kommen sollte, aber eben jetzt erst mit etwas Verspätung anrückt. Ich wünsche euch viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und freue mich sehr auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit mitbringt, dann geht doch nochmal auf podcastfit, facebook, google.de oder podcast.de. Dort habt ihr die Gelegenheit, Podcasts zu bewerten, auch uns. Und das wäre voll toll. Bewertungen helfen uns, machen uns ein bisschen schöner und vor allem auch ein bisschen publiker. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, ein herzliches Willkommen an euch da draußen zu einer neuen Ausgabe des Tele-Stammtischs. Heute mit Benedikt. Grüezi. Und Sven. Hallo. Wir sprechen heute über Biohackers, einer sechsteiligen Serie, die ab dem 20.08. auf Netflix erscheint. Wir hätten in den Hauptrollen Luna Wedler als Mia, Adrian Julius Tillmann als Jasper und in einer tragenden Nebenrolle Jessica Schwarz als Professorin Lorenz. So, Benedikt. Dann erzähl uns mal, um was geht's in Biohackers. In Biohackers geht es um Mia, die an der Universität zu Freiburg ihr Medizinstudium beginnen möchte. Sie ist bereits als Erstsemesterin sehr versiert auf dem Gebiet der Genetik, da auch sehr interessiert und schreibt sich deswegen auch schon vorab in einen der Biologie-Kurse von Professorin Lorenz ein, die eine Koryphäre auf ihrem Gebiet ist. Sie ist quasi Genetikerin par excellence und die führende Wissenschaftlerin auf dem Gebiet der, wenn man es böswillig formulieren will, Genmanipulation der Genforschung. Mia hat ein besonderes Interesse, mit dieser Frau Professor Dr. Dr. Lorenzen zusammenzuarbeiten, denn beide verbindet eine Vergangenheit, die mitunter auch relativ unschöne Aspekte beinhaltet. Das ist so die Grobzusammenfassung der Story dieser, wie du bereits gesagt hattest, sechsteiligen Serie, von der jede Folge knappe 40 Minuten mit gutem Willen hat. Genau. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir erstmal beim Titel an. Biohackers. Was schließen sie da Gemüse, Brokkoli an den Rechner an und versuchen sie dann irgendwie zu pimpen oder was ist die Bedeutung des Titels? Die Bedeutung des Titels, das geht eigentlich sogar schon in Richtung Bodyhacking. Also das, was man vom PC erkennt mit Hacken, dass man quasi Zugriff auf die Datenströme anderer fremder PCs hat, kann man natürlich genauso gut auf den Menschen und sein Betriebssystem, nämlich das Genom transkribieren. Da geht es tatsächlich genau darum, via CRISPR, was auch namentlich erwähnen wird. Es ist ein bestimmtes Enzym, mit dem man in der Lage ist, DNA ganz gezielt zu schneiden und dann natürlich auch zu verändern, sprich Sequenzen rauszuziehen oder Sequenzen einzufügen. Letzten Endes ja einen Zweck zu verfolgen und ich sage explizit nur einen Zweck zu verfolgen, denn dieser Zweck kann natürlich entweder zum Wohle oder auch zum Nachteil der Menschheit gereicht werden und dementsprechend der Titel Biohackers, weil dieses Element der Genmanipulation, der Geneforschung hier wirklich ein zentrales, tragendes Story-Element darstellt. Okay, also ich habe die Serie ja auch gesehen und ich muss, also ich persönlich muss wirklich sagen, so zwischendrin dachte ich, warum zum Geier nennt ihr das Biohackers und nicht gleich DNA-Hackers, weil die wirklichen Biohacks, also was ich zumindest unter dem Thema verstehe und verstanden habe, dachte ich, es wären halt wirklich nur immer diese Chips, die man sich dann irgendwo unter die Haut pflanzt und da habe ich gedacht, naja, hättet ihr eigentlich den Titel ein bisschen anders nehmen können, aber gut, 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 gut. Wenn du es so willst, ist Jasper ja der traditionelle Biohacker, aber wir haben ja in der Rolle der Professor Lorenz ja eine, ja, wirklich Anhängerin einer Ideologie, die ja wirklich darüber hinausgeht, die ja in sich sogar die Evolution des Menschen vorantreiben möchte und so gesehen kann man sie auch als Biohacker natürlich interpretieren. Also es ist nicht im traditionellen Sinne das Biohacking mit Computerchips und dergleichen gemeint, die man sich unter die Haut implantieren kann, aber dazu kommen wir vielleicht auch noch im weiteren Verlauf des Casts. Bestimmt, bestimmt. Gut, fangen wir mal an, was hat dir gefallen? Was fandst du gut? Ja, was ich gut fand, ist einmal, ja, was fand ich gut? Die Art und Weise, wie die Story tatsächlich an Fahrt aufgenommen hat und das implementiert eigentlich sogar schon einen ersten Negativpunkt, den wir vielleicht auch im weiteren Verlauf noch expliziter und ausführlicher besprechen werden, dass mir die Serie tatsächlich mit einigen Startschwierigkeiten, insbesondere in der ersten und der zweiten Folge rübergekommen ist. Insgesamt nimmt die Serie aber trotzdem Fahrt auf. Sie versucht auf eine typisch deutsche Serienart, witzig, humorvoll, komplexe Sachverhalte auf eine grundlegende Basis runterzubrechen, sodass es wirklich jeder verstehen kann. Wie beispielsweise, dass hier die eine Mitbewohnerin von Mia ihr ein Buch gibt, CRISPR for Dummies. Das ist natürlich ein Gag. Jeder, der Medizin, Biochemie, Biologie oder sonstige naturwissenschaftliche Fächer mal studiert hat oder gelernt hat, weiß, dass es natürlich diese Buchreihe for Dummies gibt. Da gibt es Biochemie for Dummies, es gibt Anatomie for Dummies. Also wirklich nur um das Nötigste zu lernen. Und dementsprechend ist das natürlich ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, wenn es jetzt auch CRISPR for Dummies gibt. Also da haben sie sich tatsächlich Mühe gegeben, auch detailverliebt zu wirken, weil sie ja letzten Endes mit dem jetzigen Stand der Forschung alles andere als korrekt liegen. Das ist, was wir da sehen, teilweise auch noch wirklich Sci-Fi und fernab dessen, was tatsächlich möglich ist in Bezug auf das Biohacking und die Genforschung. Aber letzten Endes ist es eine so gesehen nicht hundertprozentig dystopische Zukunft, die uns da schon präsentiert wird und als bereits etabliert und vorhanden präsentiert wird, sondern es wird so eine Symbiose hergestellt aus dem, was tatsächlich bereits möglich ist und wie es quasi werden könnte, wenn es in schlechte Bahnen läuft. Und das fand ich eigentlich sehr interessant und einen richtig guten Ansatz für vor allem, und das muss ich betonen, eine deutsche Serie. Ja, das stimmt. Also ich finde auch das Thema sehr interessant. Es ist vor allen Dingen halt auch noch nicht so ausgelutscht. Was ich aber sagen muss, und du hast das Tempo angesprochen, mir ist das Tempo persönlich zu schnell gewesen. Mir ging es zu flott. Sie schleimt sich ja bei dieser Professorin ein und das geht alles relativ, also es geht alles nicht relativ schnell, sondern es geht alles ratzfatz. Die kommt hin und ach ja, und dann tut sie sich ein bisschen präsentieren und macht hier ein bisschen was, macht da ein bisschen was. Und mir, was ich halt auch etwas komisch fand, ist, die kommt mir rüber wie ein MacGyver des Biolabors. Ja. Sie kann alles. Es wissen, dass das Wissen oder vorhanden ist, keine Frage. Aber das Rumhantieren auch mit den technischen Geräten und der Zeitrahmen spielt ja ungefähr in einer Woche. Ja. Das hat mich persönlich wirklich so ein bisschen gestört, wo ich gedacht habe, also entweder hat sie die Dinge auf dem Flohmarkt gekauft und hat schon zu Hause geübt oder sie hat es halt einfach drauf. Ja, nicht nur das. Auch das, was da präsentiert wird, spiegelt ein falsches Bild davon wieder, wie genetische Forschung funktioniert. Denn so eine DNA-Analyse und das wird da ziemlich häufig gemacht oder auch eine DNA-Vervielfältigung, um damit Tests zu vollziehen, das geht nicht innerhalb von fünf Minuten, das kann teilweise 24 Stunden, 48 Stunden, das kann mehrere Tage theoretisch dauern, DNA in einer so zahlreichen Menge herzustellen, dass du damit arbeiten kannst. Und das ist meiner Ansicht nach auch dann wieder ein deutlicher Kritikpunkt, weil natürlich man sagen muss, die Story muss vorangetrieben werden, man kann jetzt nicht irgendwie wochenlang auf eine DNA-Sequenz warten. Aber das hätte zumindest meiner Ansicht nach dieser Serie etwas mehr Ruhe gegeben, weil, wie du schon sagst, wir reiten ja tatsächlich von Folge 1 bis Folge 6 in Richtung des Sonnenuntergangs und sind innerhalb von kürzester Zeit dann da, obwohl wir, wie gesagt, eine Woche da verbringen in dieser Welt, die uns präsentiert wird. Und das fühlt sich gar nicht so an. Also die sagen zwar, es ist eine Woche, es fühlt sich an, als wenn das drei Tage. Ja, auch bezüglich dieser abwechslenden Tag-Nacht-Rhythmen muss man da echt die Frage stellen, inwieweit das logisch ist, was da einem zeitlich präsentiert wird. Aber wie gesagt, da hätte man sich mit ein bisschen mehr Ruhe vielleicht auch das Aufteilen auf vielleicht zehn Folgen ein bisschen mehr Authentizität sichern können, weil so, muss ich sagen, wirkt das alles so ein bisschen gekünstelt, ein bisschen überzeichnet. Aber nevertheless, trotzdem, wenn wir jetzt auf die Thriller-Komponente oder Sci-Fi-Thriller-Komponente gehen, doch gut ab ungefähr Folge 3, Folge 4. Da kommt nämlich die Story für mich persönlich so richtig in Fahrt. Und da kommt dann auch so der Thrill durch, wo man sagt, okay, jetzt habt ihr mich zumindest doch noch so gecatcht, dass ich wissen will, wie es ausgeht. Ja, das auf jeden Fall. Ich finde auch, die Darsteller machen alle einen guten Job. Es gibt keinen einzigen, der mir wirklich schon direkt am Anfang auf die Nerven gegangen ist. Und sie haben sich schon Mühe gegeben. Also es ist auch hochwertig produziert. Das sieht alles wirklich super schick aus. Es sind einfach so ein paar Kleinigkeiten. Einmal das Tempo, was mich gestört hat. Und vor allen Dingen wird heutzutage denn kein Labor mehr richtig bewacht. Und, Achtung, kleiner Spoiler, die Madame, also Mia, bricht irgendwann aus, aus einer normalerweise hochgeschützten Zone. Aber sie schafft es mittels eines, wie heißen die Dinger, wo man die Scheiben einschlägt. Also so ein Notfallhammer aus der Strafenbahn. Da haut sie die Scheibe raus und ist sofort weg. Das sind Sachen, das... Vielleicht bin ich auch die falsche Zielgruppe, das kann sein. Aber das geht nicht. Das ist einfach nicht glaubwürdig. Könnt ihr nicht bringen. Das geht nicht. Weil, ja, das wird einfach... Das rüttelt so dermaßen an der Atmosphäre, die durchgehend bis auf ein paar kleine Spitzen auch sehr ernst ist und auch sehr düster. Und hat mir auch alles super gefallen. Aber diese kleinen Scharmützel, die senken die Freude etwas. Und man denkt, oh, kommt. Also da kann man wenigstens mal zwei, drei Wachen aufstellen. Wenn sie sich dann da fortbeischmuggelt, ist es eine andere Sache, ja. Aber die kann nicht einfach eine Scheibe einschlagen. Das interessiert keiner und rennt dann da weg. Also das geht nicht. Okay. Genug drauf rumgehauen. An Darstellern fand ich Ole sehr witzig. So seine Biohacks haben mich wirklich sehr erheitert. Bis auf die Szene, wo er sich da am Thorax sozusagen rumbohrt. Das ist halt auch was, das. Wenn es am Oberarm gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, okay. Aber sich da ein Loch auf die rechte Seite zu zimmern, das auch noch zu spreizen und sich da einen Chip unter die Haut zu machen, das ist bei mir persönlich too much. Und auch noch gesagt, ich fand es ganz witzig, dass er gesagt hat, er hat wenigstens den Boden mit Folie ausgelegt. Ja, okay. Aber ich meine, das sind ja Medizinstudenten oder sonst was. Das funktioniert doch nicht so. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, so was haben wir bei uns im Studium nicht gemacht, als wir Anatomie gelernt haben. Wir haben uns gegenseitig Nadeln gelegt. Wir haben hier und da vielleicht mal über die Stränge geschlagen. Aber wir haben definitiv niemals das Skalpell gezückt und uns irgendwas unter die Haut gepflanzt oder überhaupt an uns rumgeschnitten. Das ist ja pervers. Das ist krank. Das hat auch nichts mehr mit gesundem Menschenverstand zu tun. Vor allem, weil er ja explizit von sich behauptet, er würde ja gerade irgendwas subkutan unter seine rechte Brustwand platzieren. Und da dachte ich mir auch schon so, so wie das blutet, bist du definitiv zu tief, mein Freund. Ja, das sind halt so ein paar Kleinigkeiten, die es mir ja schon ein klein bisschen schwer gemacht hat. Ich habe zwar auch gelacht, aber das holt mich so ein bisschen aus der Atmosphäre raus. Aber generell, generell diese Umgebung in der WG ist ja gespickt von Klischee-Charakteren. Ja, stimmt. Wir haben eine superintelligente Asiatin. Welche Nationalität auch immer. Egal, sie hat asiatische Züge, also ist sie superintelligent. Perdestiniert für die Rolle des intelligenten, hyperintelligenten Sidekicks. Wir haben eine für deutsche Verhältnisse attraktive Mitbewohnerin, die einfach nur von einer anderen Mitbewohnerin als Rich-Kid vorgestellt wird. Und damit hat sich ihre Rolle eigentlich auch schon ergeben. Sie ist quasi die Matratze der ganzen Uni, wenn man auch das so nicht explizit sieht. Sie hat nicht viel im Kopf und ist ein Rich-Kid. Punkt. Das ist ihre Daseinsberechtigung in dieser Serie und in diesem Fall auch in der WG. Dann haben wir Mia. Auch die natürlich extravagant per se, weil sie halt hyperkrass sich mit Genetik auskennen, obwohl sie gerade noch nicht einmal offiziell das Medizinstudium angefangen hat. Und dann haben wir natürlich Jasper, den Biohacker himself, der so einen Quatsch macht. Also alles total überzeichnet, schrill bis zum Gehtnichtmehr, stellenweise witzig, aber am Ende dann doch zu oft über die Stränge geschlagen. Was mir auch so, also noch, das sind eigentlich noch zwei kleine Punkte, die ich habe. Das eine ist, weil du jetzt gerade dachtest, auch hier diese typischen WG-Klischees. Sie gehen am ersten Tag, sie kennt die Leute nicht wirklich, sie gehen auf eine Party und er sagt ihr, träufel dir mal das in die Augen. Und sie sagt, oh ja, also er sagt dann, ja, kannst du nachts sehen. Und sie, geil, alles klar, mach ich. Also ich mache das jedes Wochenende. Jedes Wochenende gehe ich auf irgendwelche Partys und träufel mir von unbekannten Leuten, die sagen, ey, da kannst du eine ganze Rehe sehen. Irgendwelche Sachen in die Augen, ohne zu fragen, was das genau ist und ob es vielleicht irgendwelche psychedelischen Wirkungen haben könnte oder sonst. Sie hätte auch einfach Fett auf dem LSD-Trip bleiben können. Richtig. Ja, und das sind halt auch genauso mit diesen Tabletten und wo er angeblich länger unter Wasser die Luft anhalten können, damit gehen sie schon sehr lax um. Ja, das ist so, ja, probieren wir jetzt aus, kein Thema. Und die Serie ist ab zwölf. Ja, also wenn das jemand sieht, der 16, 17 ist und dann sagt, naja, gut, okay, das ist Blödsinn. Ja, aber wenn du dann die Zwölfjährigen hast, dann sagen, okay, gut, also, okay, Tropfen in die Augen, ist ziemlich geil und Pillen einschmeißen, könnte mir unter Wasser vielleicht auch helfen. Bitte tu das nicht. Bitte tu das nicht. Ja, das Einzige, was ich wirklich noch so ein bisschen negativ empfand, war das Produktplacement, das vor allen Dingen in den Hörsälen sehr deutlich zu sehen war. Ich meine, klar, die müssen ihr Geld mitverdienen, kann ich verstehen. Dann dreht aber die Laptops doch bitte alle ein bisschen anders, dass es ein bisschen unauffälliger ist und nicht alle in die Kamera, gleiche Richtung und dann hat man ein fettes Apple-Zeichen drauf. Ja, vor allem, das ist auch so total klischeehaft. Ich meine, ganz ehrlich, da muss ich jetzt auch mal eine Lanze brechen für jeden, der da draußen Medizin studiert, der wird in dieser Serie total stigmatisiert. Ja, als partywütiger, drogenkonsumierender, Apple- oder sonstige High-End-Produkte besitzender Elitärer, der an sich ja nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. So ist das nicht. Okay, das lassen wir mal so stehen. Nee, also, das ist nicht schon gut. Nein, alles gut. Ja, sonst, ja, gibt's eigentlich, okay, jetzt haben wir ziemlich drauf rumgehauen, also zumindestens ich. Also die Serie ist, ich komm mal zu einem kleinen, also ich komm jetzt mal zu einem kleinen Fazit. Die Serie ist gut, mit gewissen Abstrichen, wahrscheinlich für eine andere Zielgruppe, die weniger Sachen hinterfragt, weil es halt einfach so ist. Sie ist spannend, sie ist mir persönlich ein bisschen zu flott. Ich hätte gerne gehabt, dass gerade so bei diesen Ermittlungsserien, habe ich es gerne ein bisschen ruhiger und dann zum Ende hin ein bisschen schneller, wenn es auf die Zielgerade zugeht. Aber hier ist es halt leider von Anfang an ein relativ hohes Tempo, wahrscheinlich halt auch um die Leute zu halten. Sonst ist es ein guter Schluss. Und Achtung, Minispoiler, Minispoiler. Es wird, denke ich mal, auch eine zweite Staffel geben. Ich werde dranbleiben und mir zumindest mal die ersten paar Folgen der nächsten Staffel angucken und mal schauen, wie es sich weiterentwickelt. Wie sieht's bei dir aus? Wirst du weitergucken oder wirst du sagen, das war's? Also ich werde weitergucken, weil die Serie tatsächlich ab Folge 3, 4, wie ich es eingangs gesagt habe, tatsächlich von der Thriller-Komponente mich gecatcht hat und ich wissen wollte, wie es ausgeht. Nicht, weil ich vorher schon zwei Folgen gesehen hatte und dann mir dachte, okay, jetzt kannst du auch noch die restlichen drei, vier Folgen gucken, sondern weil die tatsächlich da so an Fahrt aufnimmt und spannend wird, dass ich mir dachte, okay, jetzt möchte ich wissen, was ist das hier im Dunkeln noch liegende Geheimnis. Das fand ich cool. Nevertheless, bin ich da vorhin ganz bei dir, wie du schon gesagt hast, die Serie war trotzdem auch ab dem Zeitpunkt immer noch zu schnell. Das muss ich für Staffel 2 auf jeden Fall ändern. Man darf dann nicht so auf diese Game of Thrones Staffel 8 oder 7 was, die haben mir da teilweise Monate überbrückt auf einmal, obwohl die in Staffel 1 noch quasi jede Sekunde dargeboten haben. Also so würde ich es mir wünschen, dass man wirklich detailverliebt und mit der nötigen Ruhe und Gelassenheit so eine Serie produziert, um auch ein gewisses Maß an Realismus noch zu wahren. Denn die Konsequenz ist teilweise dann rapide fatal, wenn man sich vorstellt, dass, wie du bereits gesagt hast, Zwölfjährige einerseits auf total bekloppte Trips geschickt werden, im Zweifelsfall, und auf der anderen Seite auch gezielt Fehlinformation einfach gestreut wird. Und wie gesagt, also mich persönlich als Mediziner regt das auf, wenn ich da sehe, dass da eine Amplifikation von der DNA innerhalb von 5 Minuten stattfindet. Und am nächsten Tag darf ich mir dann, wenn die Folge dann offiziell ausgestrahlt wurde, anhören, warum dauert denn mein PCR-Test für das Coronavirus so lange? Weil das nun mal eben nicht in so einer Sci-Fi-Serie spielt, unsere Realität, sondern weil das nun mal auch Zeit braucht und komplex ist und nicht so einfach ist. Und dementsprechend löst euch für Staffel 2 bitte von dieser Einfachheit und nähert euch den tatsächlichen komplexen Sachverhalten etwas näher an. Nicht zu sehr, wir wollen ja auch das Publikum nicht verschrecken, aber so, dass es auf jeden Fall noch auch das Grundthema ist, das die Spannung hält und nicht einfach nur dieses im Dunkeln liegende Geheimnis. Das fände ich schön, weil das größte Geheimnis in dieser Serie ist ja tatsächlich abseits dieses Konflikts, den wir bereits sehr grob skizziert haben, da sind wir zum Glück nicht so sehr ins Detail gegangen, immer noch die Frage nach dem menschlichen Genom, was man darf, was man nicht darf. Die Ethik quasi von Genforschung, das spielt da ja auch noch mit rein und das, finde ich, sollte man auch in einer zweiten Staffel noch deutlich ernster thematisieren, als es hier in Staffel 1 der Fall gewesen ist. Okay, wie viel, was nehmen wir? Chromosomenpaare. Genau, wie viel Chromosomenpaare gibst du Biohackers? Wie gesagt, in Bezug auf die sich wahrscheinlich anschließende Staffel 2 gebe ich einen Vertrauensvorschuss. Ich gebe 3,5 von 5 Punkten. Äh, Genom, äh, Genpaare. Chromosomenpaare. Chromosomenpaare. Okay, äh, ich gebe 2,5. Ja, ich gebe 2,5. Wie gesagt, das ist zu hohe Tempo und, ah, noch was habe ich, habe ich, äh, wollte ich auch noch sagen. Falls du sie, bitte, zeigt in den Trailern nicht so viel. Es wäre auch deutlich spannender gewesen, wenn man den Trailer, in den Trailer nur ein paar Sachen angedeutet hätte. Es wird leider relativ viel schon gezeigt. Also, falls euch die Serie interessiert, bitte, lass den Trailer weg, fangt einfach an. Ja, aus was, äh, wie gesagt, das sind ja auch nur 6 Folgen, ne? Also, der Trailer, der dauert ja seine 2 Minuten oder so. Aber damit halt einfach schon zu viel, zu viel gezeigt. Definitiv. Okay, ich würde sagen, das war's. Oder hast du noch irgendwas? Nein, ich bin wunschlos glücklich. Ich hoffe, ihr auch. Sehr schön. Dann würde ich sagen, das war's. Und wir wünschen euch einen schönen Abend. Ciao, ciao und viel Spaß. Bye, bye. Viel Gewaltstraftäter treffen auf drei Mallkorb-tragende Hunde, eine furchtlose Hundetrainerin und das Ganze in einem Betonbau. Ein riskantes und umstrittenes Projekt. So kann man lesen, was die Rüden sein soll. Ein neuer Film, der jetzt ausgewählt in Kinos kommt, zum Teil sogar mit Vorführungen, wo die Regisseurin anwesend sein soll. Der Film geht knapp ein bisschen mehr als 100 Minuten. Und ist ein, ja, wie soll man das nennen? Theater-inszenatorisches deutsches Filmstück. Ihr merkt schon, ich muss wirklich überlegen, wie man das beschreibt. Ich bin der Mo, hier für den Telestammtisch. Und an meiner Seite ist Piet und ich hoffe, der kann mir helfen. Ja, hallo erstmal. Aber ich denke auch, so als Stück weit Theaterstück kann man es schon beschreiben, ja. Ja, ich denke, wenn man den Trailer sieht, dann kriegt man vielleicht so einen leichten Eindruck. Aber ich bin doch tatsächlich von allem, was ich gesehen habe, sehr, sehr überrascht worden. Und das hinterlässt bei mir so ein bisschen was Zweischneidiges. Ich bin verwirrt und weiß nicht so recht, wo ich das alles hinstecken soll. Es gab tolle Momente und es gab Momente, die mich ratlos zurückgelassen haben. Und ich werde mich am Ende echt schwer tun, hier eine Wertung abzugeben. Das sage ich gleich. Denn eins muss klar sein. Die Rüden ist kein Coming-of-Age, kein Blockbuster. Es ist nicht mal eine Doku. Es ist etwas ganz Eigenständiges. Das wird man sicherlich auch daran merken, dass die Releases eher in Kleinkinos stattfinden werden. Vielleicht so Programmkinos. Und da gehört er auch hin. Und da wird er auf jeden Fall sein Publikum finden. Wenn euch das jetzt alles schon abgeturnt hat, dann ist der Film nichts für euch, sage ich jetzt einfach mal. Genau, es ist einfach fernab vom Mainstream und war für mich auch eine Erfahrung, diesen Film zu sehen. Sowas habe ich noch nie vorher gesehen, so auf diese Art und Weise. Ja, es war auf jeden Fall eine besondere Erfahrung. So viel muss man auf jeden Fall sagen. So sehe ich das auch. Und das ist auch genau das, was einen dann am Ende auch so ein bisschen eben ratlos zurückleicht. Kann man das bewerten oder nicht? Weil für mich ist das hier, klar, jeder, der Filme macht, macht ein Stück weit Kunst. Aber das hier ist nochmal ein anderes Level. Wenn man sich die Geschichte durchliest, dann klingt es auf dem Papier anders als das, was wir sehen werden. Und zwar werden sowohl die Charaktere als auch die Hunde wirklich mit kurzen Screenshots vorgestellt. maßgeblich bei den Hunden ist das sehr traurig, weil da zum Beispiel steht, der Diego hat sieben Menschen verletzt, seinen letzten Besitzer dabei sehr, sehr schwer. Das heißt, für Diego gibt es sowieso kein Leben mehr, denn der Tötungstag steht im Grunde schon fest. Und was hier passiert ist, dass eine sehr taffe Hundetrainerin eben mit diesen drei sehr harten und verhärmten und menschenscheuen Hunden eine Art Resozialisierung an diesen vier Strafgefangenen testen soll, testen möchte. Und das Ganze findet in einem sehr surrealen Theater-Setting statt. Das ist im Grunde wie ein Betonkreis, dessen Wände sich zum Teil mystisch verändern. Gleich die Anfangssequenz fand ich super. Die Kameraszene zeigt uns eine Landschaft. Wir hören so Frickelbeats, nenne ich das immer, so kleine Knackgeräusche, so was. Und dann entstehen, werden Bilder übergelegt, sodass quasi in diese Landschaft dieser Betonkäfig, kann man bald sagen, entsteht. Und diese Theatralik und dieses Aufgesetzte, das verlässt uns auch den Film über nicht, denn später sehen wir die Hauptakteurin, die Hundetrainerin, in einer Interimsequenz mit einem Engel kämpfen. Also ich denke, spätestens da, ich kann mir dein Gesicht lebhaft vorstellen. Ja, also diese Einspieler von diesen Sequenzen gab es immer wieder, gab es glaube ich zwei, dreimal im Film, wo man sie mit diesem Engel sieht. Manchmal auch nur ganz kurz, wie da so eine Kamerafahrt vorbeifährt und man nur den Schatten von ihr mit diesem Engel sieht. Und das war schon sehr psychologisch und sehr mystisch einfach. Also wir sehen, dass die Hundetrainerin eine sehr taffe Person ist, aber trotzdem versucht, eine gewisse Offenheit an den Tag zu legen. Sie will gar nichts von den Gefangenen wissen, genauso wenig wie die viel über die Hunde erfahren, sondern es geht hier einfach um, und das ist ein guter Ansatz, einfach um sich kennenlernen, den Raum fühlen und sehen, hat man Gemeinsamkeiten oder nicht. Und es geht auch ein Stück weit darum, eben festzustellen, warum werden wir gewalttätig und kann man anhand der Hunde, die auch offensichtlich gewalttätig werden wollen, auch während sie auf diese Gefangenen treffen, deswegen haben die auch alle Maulkörbe die ganze Zeit, kann man das steuern? Dann kann man das austricksen und gilt das für Mensch und Tier gleichermaßen. Das ist grob der Ansatz, soweit ich ihn verstehe und ich habe hier kein Recht auf volles Verstehen, denn für mich hat das Ganze einen ganz, ganz massiven David-Lynch-Touch, surreal, schräg und es wird auch nicht groß erklärt, warum du schon von Anfang an das Gefühl kriegst, dass dieses Gefängnis irgendwie in der Zukunft stattfindet, oder? Ja, genau. Also das ist halt durch dieses ganze Setting, dieses Dunkle und dann dieser Hintergrund von dieser Wände, wie die aussehen, wie die alle, das ist ja nichts Typisches, wie ein Gefängnis aussieht, das ist einfach so ungewohnt, so ungewohnt aufgebaut. Ja, ich weiß auch nicht. Also es war irgendwie nichts, nichts Typisches. Und das Ganze macht es halt irgendwie faszinierend, aber auch, auch schwierig und ist somit überhaupt keine leichte Kost. Man kann hier nicht, das ist ja wie gesagt kein alltäglicher Film, es gibt hier keinen, oh jetzt haben sie was gespoilert, das findet hier gar nicht statt. Die Conny Walter hat die Regie geführt und das ganze Konzept hat Nadine Matevs oder Matthews, ich bin da nicht sicher, ausgearbeitet und die ist tatsächlich im echten Leben Hundetrainerin. Ob sie jetzt speziell so eine toughe Hundetrainerin ist oder sich halt eben das für den Film aufgelegt hat, das weiß ich nicht. Es gibt sowieso sehr wenig Hintergrundinformationen. Was man noch weiß ist und deswegen haben wir hier von Anfang an darauf verzichtet, Name Dropping zu machen. Die Schauspieler sind keine Schauspieler. Die vier Strafgefangenen sind tatsächlich vier Strafgefangene, die für den Film Namen bekommen haben. So steht es zumindest auch auf der Webseite. Denn es geht hier auch gar nicht um die Person an sich, sondern jede Person hat einen Charakter und der ist, wenn man dem Ganzen glauben darf, eben durchdrängt durch die echte Person. Warum ist diese echte Person auf die schiefe Bahn geraten? Wie ist das passiert? Wobei das jetzt nicht in Rückblenden erzählt wird oder sowas, sondern es kommt halt in Fragmenten durch Gespräche raus. 107 Minuten ist ja jetzt nicht ganz wenig. Hast du die Zeit über dich manchmal gefragt, mache ich das jetzt aus oder gucke ich weiter oder wie war das für dich? Ja, also es gab interessante Momente und es gab weniger interessante Momente. Ich fand, es war ja im Prinzip ein Versuch, der da filmisch dargestellt wurde. Und zwar, dass man gegenübergestellt hat drei Hunde, die aggressiv geworden sind und Menschen angegriffen haben. Und diese vier Menschen, die im Prinzip das Gleiche durchlebt haben, die aggressiv geworden sind und Menschen auch angegriffen haben. Die Hunde werden das Schicksal erfahren, dass sie eingeschläfert werden. Und die Menschen sitzen jetzt im Gefängnis für Jahre, vielleicht Monate, vielleicht Jahre. Man weiß es nicht genau, wie lang. Es ist auch bei allen ein bisschen unterschiedlich. Und ich fand, der Film lässt insofern da sehr, sehr viel Gesprächsbedarf, also hat er bei mir zumindest hinterlassen, auf der sozialen Ebene, in der einfach dargestellt wird, dass man auf der einen Seite die Hunde hat, die für ihr Fehlverhalten umgebracht werden. Und auf der anderen Seite hat man die Menschen, die zwar ins Gefängnis gehen, aber danach auch wieder rauskommen irgendwann. Und ich fand, das war so, das ist so auf jeden Fall eine sehr interessante Grundfrage, die der Film da offenlegt. Ja, es geht ja auch eben um Resozialisierung und Sozialisierung. Und während wir eben leider erleben müssen und erfahren, dass es bei den Hunden offensichtlich unmöglich ist, das zu schaffen, gehen wir in der Regel davon aus, dass unsere Justiz dazu geeignet ist, Menschen zu resozialisieren. Wenn Männer, die gewalttätig geworden sind, davon abzuhalten, das in Zukunft wiederzumachen, das ist natürlich eine Frage an sich. Ist dem so oder ist dem nicht so? Ich bin nicht tief genug in diesem Thema und kenne zu wenig Strafgefangene, die danach tatsächlich von sich behaupten konnten, sie haben eine Resozialisierung erfahren. Denn oftmals, und das wissen wir, ist es eher ein tristes vor sich hin Leben ohne richtige Höhepunkte. Und dann ist es natürlich auch schwierig, sich hinterher davon, naja, hinterher zu sagen, ich habe jetzt ganz viel gelernt. Genau. Und das ist ja das Prinzip von diesem Film, was hier sehr stark auffällt. Das Ganze hat so ein Science-Fiction-Oeuvre. Also, das ist ja ein arenaartiger Raum, in dem sie sind. Alles aus Beton. Wie gesagt, es gibt Szenen, in denen sich die Betonwände auch verändern, visuell verändern. Ich denke, das soll auch so ein bisschen signalisieren, wenn man viel Zeit in einer Tristesse verbringt, dass sowas passiert mit einem. Und die Männer müssen hier tatsächlich das erste Mal lernen, aufeinander zu reagieren, ohne zu schreien zum Beispiel. Das ist ja ein ganz leiser Film, die ganze Zeit. Ja, total. Auch musikalisch untermalt von Hans-Joachim Rödilus, den ich sehr, sehr schätze. Also, großartig, minimalistisch, mit Pianos unterlegt. Und halt immer wieder diese Geräusche, wie so ein leichtes Kratzen, wie ein Schaben, wie ein sich Ausbuddeln aus den Boxen kommen. Das fand ich alles allesamt gut. Genau. Und das wird ja auch durch die Hauptrolle, durch Nadine Matthews, so ein bisschen verstärkt. Weil man muss sich das so vorstellen, dieses Setting ist, man hat immer einen Hund in dieser Arena und die vier Männer daneben. Die vier Männer stehen da und dann sucht sich Nadine Matthews immer einen von denen aus, nimmt den zu sich nach vorne und sagt dem, er soll ein bisschen Kontakt mit dem Hund aufbauen, soll versuchen, eine Beziehung aufzubauen. Und während dieses ganzen Gesprächs, was sie mit denen führt, bleibt sie immer sehr ruhig und gelassen. Egal, wie die anderen reagieren, sie hat irgendwie immer die passende Antwort. Und ich glaube, das merken die Männer auch. Und ja, am Anfang merkt man ja schon noch, wie es immer wieder so die Aggressionen in ihnen rausbrechen. Und ja, irgendwann wird es halt deutlich ruhiger im Film. Wobei es da halt auch immer noch Momente gibt, in denen es lauter wird. Aber dieser ruhige Tonus ist auf jeden Fall, trägt auf jeden Fall zur Stimmung bei. Ja. Und was halt das Ganze, also in dieser ganzen Thematik, in der ganzen Geschichte spielt es keine Rolle, ob wir hier Männer sehen und eine Frau sehen, die hier quasi auch dominant ja auftreten könnte. Denn sie ist offensichtlich ja in der übergeordneten Rolle. Aber das spielt sie halt eben gar nicht aus, sondern sie bringt alle auf eine Ebene, Hund wie Mensch, wie sich selber, dass sie eine Frau ist, spielt dabei gar keine Rolle. Sie ist einfach da und sie führt alle und alle lassen sich führen und erlauben sich wahrscheinlich auch zum ersten Mal in dem Leben, sich tatsächlich in Ruhe führen zu lassen. Ja, aber auch, weil sie es irgendwie immer so, sie baut nicht nur richtige Beziehungen zu den Menschen auf, auch zu den Hunden nicht wirklich, sondern sie spricht so von außen immer ruhig mit denen, spricht mit allen gleich und behandelt alle gleich. Und ja, ich glaube, das hat auch so eine beruhigende Wirkung. Ja, es wirkt trotzdem für mich, und das soll auch so sein, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, so Science-Fiction-mäßig, unecht, artifiziell gestaltet halt, Bühne, Bühne fällt einem immer wieder auf. Und das Ganze spielt ja hier mit Licht und Schatten und auch gerade diese Szenen, von denen wir schon gesprochen haben, in denen die Hauptperson gegen oder mit einem Engel kämpft, und ich habe das so gelesen, dass das auch die innere Zerrissenheit dieser Person darstellen soll, die also auch nicht ohne Fehl und Tadel ist und die auch nicht ohne Aggressionen ist, die sie aber gelernt hat, auf einer ganz anderen Ebene eben mit sich selber auszumachen. Genau, das erschafft so eine Parallele zwischen ihr und den anderen Männern und aber auch den Hunden. Das heißt, es wird alles so auf einer Ebene und zeigt, dass sie es geschafft hat, ihre inneren Dämonen zu bezwingen. Und es aber auch eine der wenigen wahrscheinlich ist, die es als möglich ansieht, dass die anderen das auch schaffen können. Ja, genau. Deswegen ist das Ganze ja auch so betitelt, dass es eben ein Projekt ist. Am Anfang der ganzen Geschichte sehen wir eben auch, dass die Gefängnisobrigkeit, nenne ich es jetzt einfach mal, dargestellt von einer Frau und einem Mann, dass sie halt quasi zu diesem Projekt auch einladen und sie bitten, dass sie das durchführt. Und daher kommt auch der erste Science-Fiction-Touch, denn die sehen halt eben nicht aus, wie man sich einen Gefängnisdirektor oder einen Wärter oder sowas vorstellt, sondern die tragen halt eher so an die Zukunft ausgerichtete Klamotten, würde ich jetzt mal sagen. Bleiben aber auch ein bisschen im Hintergrund. Sie haben noch zwei, drei Szenen, sind jetzt aber tatsächlich im Vergleich zu allen anderen, dann sprühen die eine Autorität aus und die führt eben nicht zum Wandel. Ja, auch schon. Ich denke, deswegen haben die am Anfang, glaube ich, auch genau diese Szenen, da wird es auch mal lauter und sowas, weil das halt quasi das alteinhergebrachte Prozedere ist, wie man mit Gefangenen redet. Ja, genau. Also ich finde auch, die waren schon sehr Science-Fiction-artig dargestellt. Allein schon diese Kleidung hat mich so ein bisschen an Star Trek oder sowas erinnert, an die alten Star Trek-Folgen, dann hatten sie noch so ein Bronze-Medaillon oder so um, und beide waren genau gleich gekleidet. Das war schon sehr so als eine klare Uniform. Ja. Ja. Ja, die Rüden kommt jetzt in die Kinos. Ich weiß, dass es mindestens eine Vorstellung mit der Conny Walter und wahrscheinlich anderen Protagonisten gibt. Die wird nämlich sogar bei uns im Kino gestreamt. Und wer sich durch unsere Besprechung da so ein bisschen angetan fühlt, sich den Film anzugucken, der sollte das einfach machen. Denn von den Bildern her ist das tatsächlich so, dass es da großartige Aufnahmen gibt, großartige Übergänge. Das Spiel mit Licht und Schatten, Musik und Sounds ist toll. Die Geschichte lässt mich ratlos zurück. Auch das Ende lässt mich ratlos zurück. Aber es fängt an, wie es endet. Und ich möchte eigentlich gar keine Bewertung abgeben, denn das wird diesem klassischen Eins- bis Fünf-Punkte-System einfach nicht gerecht. Wie siehst du das? Ja. Also ich fand, der Film hat auf mich irgendwie gewirkt, als hätte da jemand so eine Grundidee gehabt, diese Hunde und die Männer gegenüberzustellen. Und hat einfach nur diese Grundidee gehabt. Und dann wird der Film irgendwie so eine psychische Spielerei in gewisser Weise. Dass man einfach viele Ansätze hat, die man psychologisch erklären kann. Oder so, dass er... Aber insgesamt hat er mich auch ratlos zurückgelassen ein bisschen. Und ich denke, das ist ein Film, den man nicht einfach so... Den man nicht einfach abends mal irgendwie anmacht und guckt. Sondern das ist ein Film, den man sich wirklich anschauen sollte und im besten Fall dann noch danach irgendwie drüber sprechen und sich drüber unterhalten, wie man zu verschiedenen psychologischen Denkansätzen da drin steht. Weil das ist, was der Film auf jeden Fall bewirkt. Der Film wird auf jeden Fall bewirken, dass man danach Gesprächsbedarf hat. Oder hat er bei mir zumindest. Und ja, ich finde das wichtig, da drüber zu sprechen. Ob man sich den Film jetzt anschaut, wenn man Lust auf so was Psychologisches hat und so eine psychologische Darstellung von Mensch und Tier, dann kann man sich das auf jeden Fall anschauen. Aber wenn man da jetzt nicht so Lust drauf hat, dann wird es einem auf gar keinen Fall gefallen. Nee, es ist halt einfach... Es ist keine leichte Kunst. Genau. Und ich bin da sehr sensibel, wenn es darum geht, wie Tiere benutzt und auch dargestellt werden. Hier hat es mich ein bisschen beruhigt, dass die Hauptperson eine tatsächliche Hundetrainerin ist und dass ich im Nachgang auch erfahren habe, dass die Hunde, die im Film ausgewählt wurden, in einem speziellen Auffangzentrum leben und von Spezialisten da aufgefangen wurden und offensichtlich noch leben und nicht mehr zur Tötung dastehen. Das finde ich sehr, sehr gut. Ob sie jetzt einen besonderen Stress hatten, nochmal diesen Film zu drehen, weiß ich nicht. Aber es versöhnt mich am Ende, zumindest dieser Teil. Und ja, viel mehr kann ich da auch wirklich nicht mehr zu sagen. Ja, es ist schwierig, so diesen Film in Worte zu fassen. Es ist wirklich schwierig. Und ich glaube, die Leute, die uns schon mal gehört haben in einem anderen Podcast, wo wir beide auch ein bisschen fluffiger sind, das macht halt der Film. Und da muss man sich drauf einlassen. Wenn ihr ja die Möglichkeit habt, es ist immer gut, ein Kino zu unterstützen, wenn der Film dort läuft. Und dann würde ich auch sagen, dass ihr das tun solltet. Ja, es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert, die man gut machen kann. Aber halt auch immer dran denken, auf was man sich da einlässt, das muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. So sehe ich das auch. Möchtest du Punkte vergeben oder belassen wirst dabei? Punkte ist so schwierig, weil das so was anderes ist. Genau, das denke ich auch. Das ist so ein bisschen generell spezifiziert. Wir könnten sagen, für mich ist der Kunstanteil sehr hoch. Und deswegen möchte ich da eigentlich, ich finde, aus unseren Worten kann man sich rauslesen, ob man das sehen möchte oder nicht. Ja, genau. Gut, Piet, hat mich gefreut. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Dann suchen wir uns mal den nächsten Film aus und da kommen wir ein bisschen mehr aus der Ecke. Der läuft dann noch ein bisschen leichter. Okay, dann dank dir und auf bald. Gut, bis bald. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zum Tele-Stammtisch. Wir besprechen heute den Film Sebastian springt über Geländer und wir, das ist der Paul. Hallo, Paul. Hallo. Und die Eva. Danke, danke. Genau, machst du gleich mal die ganzen Fakten dazu, bitte? Na klar, so. Sebastian springt über Geländer, ist ein deutscher Film, ist ein Drama-Coming-of-Age-Film, sag ich mal. Regie führte Ceylan Atamancheca, dessen Name ich jetzt bestimmt falsch ausgesprochen habe. Das Produktionsjahr ist 2020, beziehungsweise ich glaube auch 2019, der ist 2020 dann eher erschienen. Es ist ein Film der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin und hat eine Lauflänge von 69 Minuten. Im Cast sehen wir unter anderem Josef Pesko, Finn Freyer und Amber de la Horror. Und was geht's jetzt eigentlich, Eva? Jetzt rufen alle, ah, es geht um einen Jungen, also erst sieht man die Kindheit. Also es sind drei Lebensabschnitte eines Jungen, beziehungsweise eines jungen Mannes, eines männlichen Wesen. Ja, seine Kindheit, frühe Jugend und spätere Jugend, wie er dann ins Leben findet und seine ganzen Problemchen. Und ja, seine erste Freundin und was er aus seinem Leben machen will, seine große Krise und genau. Also erst dachte ich, es geht um eine Kindheit oder so. Es hat was sehr Biografisches. Und es will aber, glaube ich, doch ein Film sein. Also ich bin aus dieser Art und Weise des Film-Machens nicht so ganz schlau geworden. Ich fand's auf jeden Fall relativ dilettantisch, bin mir aber nicht sicher, inwieweit das Absicht war. Wie ging's dir denn da? Ich muss als erstes sagen, ich hab auch erst gedacht, es geht jetzt nur um den Jungen Sebastian. Aber man hat ihn ja dann schon quasi heranwachsen sehen, beziehungsweise dann immer in so Lebensabschnitte von ihm reingeschaut. Ich verstehe, was du meinst, Wenn du sagst, diese Art der Inszenierung, das ist so mehr so ein Dabeisein oder für mich hat es fast schon was Dokumentarisches, was total Nüchternes, man hat das einfach gesehen. Verstehst du, was ich meine? Ja, also genau, es war wie so eine Tier-Doku. Also man war, oder halt, also so eine unkommentierte, ja, ja, zum Teil auch sehr schlecht gespielt, aber so, also die... Fandest du? Tatsächlich? Ja, fand ich schon. Also ich fand die Szene, also es war so ein, eine Strategie vielleicht, das so wahnsinnig realistisch zu machen, also wirklich gar nichts hinzuzufügen und einfach, ja, so total alltägliche Alltagsszenen, die ansonsten in Filmen nicht vorkommen, was ja eigentlich gut sein kann. Also jetzt weiß ich nicht, man filmt eine Familie beim Zwiebeln schneiden, beim Kochen. Und da wird halt nichts hinzugefügt, dass es irgendwie spannend ist, was ja ist ja okay. Also da kann man ja auch Schlüsse draus ziehen, wie das miteinander da funktioniert. Aber ich fand's dann zum Teil ja doch ein bisschen holprig und angespannt gespielt. Und irgendwie hat dann doch gefehlt, dass man so eine Lockerheit oder irgendwie dann doch was Alltägliches... Also irgendwie eine andere realistische Seite hat mir dann doch gefehlt. Und war dann zu sehr so auf, ach nix, wir sind hier nur zufällig und leben unser Leben ganz normal. Ja gut, da ist gar nichts passiert, was jetzt irgendwie einen Film ausmacht. Ich verstehe, also es fehlt sowas. Also die Szenen, die wirken jetzt vielleicht erst mal so, also einfach so willkürlich ausgewählt, so wir zeigen uns, wir zeigen jetzt das aus der Kindheit, dann zeigen wir das aus der Jugend, und dann zeigen wir halt das noch als junger Erwachsenen. Ja, also bei der Kindheit fand ich es noch ganz brauchbar, ganz sinnvoll irgendwie. Es wurde halt gezeigt, also er lebt bei einer alleinerziehenden Mutter, wächst er auf, und eben auch ihre Überforderung, und ja, dass sie halt nicht die Reichsten sind, und dass er dann an manchen Sachen nicht teilnehmen kann, wo andere Kinder teuer in Urlaub fliegen, oder eben auch anders betreut werden, und die Mutter ist eben zwischen Job und Kinderbetreuung, so am Hin und Her jonglieren, und das sieht man eben auch so eine, jetzt nicht Verwahrlosung, aber es ist einfach, ja, ein anderes Leben, und ein anderes Miteinander, als jetzt andere Kinder haben. Das fand ich schon interessant zu beobachten, und dann, so diese Schlüsse daraus, wie er sich dann entwickelt, dann ist er erst mal sehr unsicher, und dann geht, also ich fand die Entwicklung auch ein bisschen zu, also zu wenig nachvollziehbar dann später. Es kam ja dann quasi, in den weiteren Abschnitten seines Lebens, kam ja dann quasi so ein Kontrast zu seiner ursprünglichen Familie, in Anführungszeichen, eben mit seiner alleinerziehenden Mutter. Er lernt ja dann quasi Familien kennen, oder eine Familie kennen, wo das halt komplett anders funktioniert, wie er es kennt, womit er aufgewachsen ist. Und deswegen... Familie seiner Freundin, genau. Genau. Und deswegen fand ich das, das ist jetzt nicht so, ich sag jetzt mal, das ist jetzt kein Unterhaltungsfilm, oder so, also da geh ich nicht raus und sag, boah, der hat mich jetzt aber gut unterhalten, da hatte ich jetzt eine schöne, eine schöne freundliche Stunde mit, sondern das ist halt eine Studie oder so, man verfolgt halt als nüchternder Betrachter einfach diesen jungen Mann. Ja, also ich fand's halt leider nicht so stimmig insgesamt. Also die Entwicklung, also ich fand's einfach nicht glaubhaft. Also er ist ja dann in dieser anderen Familie und da scheitert er ja mehr oder weniger damit, seinem Männerbild gerecht zu werden oder diesen, seinen zukünftigen, wie heißt's, der Vater seiner Braut. Schwiegervater. Schwiegervater da irgendwie genug zu beeindrucken, als dass er ihn akzeptiert, wie er ist. Also das kann ich soweit ja erzählen, dass er da, da gibt's eben Komplikationen. So viel zu spoilern gibt's aber auch eigentlich nicht. Genau. Ja, also das ist eben, da kann man dann seine Schlüsse draus ziehen oder irgendwie denken, okay, der hat eben die Kindheit und hat die Erlebnisse und geht halt so mit seinen Gefühlen um und deswegen hat er jetzt die Probleme. Ja, also dann schlittert er in der Krise und ob er und wie er die dann meistert. Also ich, ja, ich fand diese ganzen Entwicklungsschritte, wie gesagt. Also ich finde, der Film wäre besser bei einer, bei einem Entwicklungsschritt geblieben. So entweder Kindheit oder dann Jugend oder vielleicht zwei noch, aber nicht drei so sprunghaft. Ja. Ich finde, das ist, ja. ich hätte vielleicht, das Problem hatte ich auch, dass das dann so ein bisschen, das wirkt dann halt nur so bruchstückhaft oder so, das kann auch gewollt sein, aber ich hätte mir gedacht, wenn er vielleicht, er geht jetzt 69 Minuten, wenn er vielleicht noch ein Stückchen länger gegangen wäre, dann hätte man vielleicht noch das ein oder andere entweder ausführen oder so ein bisschen den Übergang ein bisschen sanfter machen können oder auch für den Zuschauer greifbarer. Ja. Ja, das stimmt. Ja, oder einfach, einfach genau, länger in einer Situation verweilen oder was ich, ich finde, das hätte halt gar nicht die anderen eigentlich gebraucht, weil die Einzelnen, da hat man sich immer ganz gut eingefunden und denkt sich, okay, so tickt der jetzt, die Probleme hat er und in der nächsten Situation ist er dann plötzlich aber anders und geht dann ganz anders damit um und ist wie ein verwandelter Mensch. Also, das ging einfach zu schnell oder? Gut, na gut, ich habe da, wie gesagt, ich fand das mit den Kontrasten, die da gezeichnet wurden, gar nicht so übel. Die Frage, wie er jetzt zu diesen Entschlüssen kommt oder zu den Dingen, die er sagt oder wie er handelt, wie er fühlt, das bleibt dann manchmal ein bisschen auf der Strecke durch die Zeitsprünge, die dann eben, also man verfolgt so zwei, drei Tage in der Kindheit, so dann ist, dann kommt ein Bruch und dann zwei, drei Tage im Teenageralter, sag ich mal und dann wieder Bruch und so, ja. Also, so ein sanfterer Übergang wäre irgendwie gut gewesen oder so, dass man, ja, es ist alles sehr symbolträchtig, dann wird sein Gesicht in ganz Nahaufnahme gezeigt und dann kann man sich halt denken, was jetzt in ihm vorgeht oder auch nicht. Aber schöner Stichpunkt, Überblende, diese eine Überblende mit den, was waren Silvesterraketen, da in seiner Brille, was glaube ich Spiegeln, die fand ich schon nicht schlecht. Hm, ja, das war schon fast Kunst. Ja, genau, da habe ich mir gedacht, oh, das ist aber ein schönes Bild jetzt. ich finde das stimmt, das muss ich auch sagen, also der erste Übergang ist noch am besten gelungen, jetzt nicht wegen dieser Brillenblende und nur, aber weil man halt wirklich diese Emotionen ganz gut nachvollziehen konnte, da ist halt diese Einsamkeit und die überforderte Mutter und dann wird da so ein frustrierter Heini dann später, also, Heini trifft es nicht ganz, aber so ein frustrierter Typ. Dann, dass dann so jemand dann in der dritten Epoche dann so ein Hipsterbart, ach, ich, ja, macht euch euer Bild und, und denkt euch, eure Kindheit zu existierenden Hipstern, dann, ja, kommt man da vielleicht weiter. aber das, ich weiß nicht, ich habe so eine gespielte Sozialstudie wie jetzt. Ja, genau, so hätte ich es auch am ehesten gesehen. Weil ich jetzt behaupten würde, dass jetzt Hipster vielleicht andere Herkünfte haben, tendenziell, oder sie spielen ganz gut nach außen ihren Sozialstatus, whatever. Ja, würdest du den Film empfehlen? Oder wie schaut es aus? Wie hat er dir gefallen? Sollen wir zur Bewertung kommen oder hast du noch? Können wir machen. Ich denke, so viel gibt es jetzt auch dazu nicht zu sagen. Ich denke, da können wir unsere Bewertung anschließen. Ich muss sagen, ich weiß, es ist halt immer schwierig. Ich denke durchaus, dass dieser Film sein Publikum finden kann. Ich war jetzt auch nicht böse, den mal gesehen zu haben, sage ich mal. da mal einen Blick drauf geworfen zu haben auf so eine Milieustudie. Naja, war kein Milieu, war eher eine Familie oder beziehungsweise ein... Versuchte Milieustudie. Ja, ein... Eigentlich ja nur eine Person. Ich hatte nichts viel dagegen. Ich fand es auch ein bisschen zu abgehackt oder es war mir so, es hat mir so ein wirklicher roter Faden gefehlt beziehungsweise so die Szenen wirkten halt manchmal so ein bisschen willkürlich oder ohne Bedeutung, wobei ich, wie gesagt, bei dem, wenn man das Thema Familie oder so, wenn man sich einzelne Aspekte rauspickt, da durchaus schon Bezugspunkte zwischen den einzelnen Lebensabschnitten zu finden sind. In Punkten weiß ich nicht. Also ich schwanke zwischen zweieinhalb und drei Punkten. Ja, ist ja doch relativ gut schon. Aber mir ging es genauso. Also ich fand jetzt auch, dass halt einzelne Themen einfach so durcheinandergewürfelt auftraten. Also es waren ja Themen drin, aber dann doch irgendwie nicht richtig, weil sie so wenig Zeit kriegen und so oberflächlich nur kurz beobachtet werden und dann einfach nichts miteinander zu tun haben. Also was schon ganz gut durchkam, ist ja, seine Unsicherheit in seiner Männlichkeit oder was, wie er halt verschiedene Leute versucht zu beeindrucken oder einfach seine Unfähigkeit, da seine erste Freundin dann mit der irgendwie normal umzugehen, fand ich, ja, konnte man sich ein bisschen herleiten, aber die anderen Themen waren echt, ja, also gute Absicht dahinter, aber leider ein bisschen wirr, wie du auch meintest. Ja, also ich, jetzt irgendwie zwei Punkte jetzt gar nicht, weil irgendwas besonders blöd oder unglaublich schlecht war, aber es war einfach sehr, ja, ungewollt dogma-mäßig. Also das meiste muss da, glaube ich, im Kopf stattfinden und ansonsten ist jetzt nicht so die Krönung aller Filme. Genau, ja, da würde ich dann auch schon abschließen und ja, verabschiede mich. Danke dir, Paul und ja, gerne und tschüss. 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 Applaus Applaus